Musik Einen Tag vor dem EU-Gipfel zur Flüchtlingskrise hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel von den europäischen Ländern Nordrhein-Westfalen gezwungen. ...und Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen untereinander sowie mit der Polizei gekommen. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Darum bin ich auch der Meinung, dass eine Begrenzung herkommt. Es geht nicht einfach nur in Rheinland-Westfalen. Die österreichischen Behörden haben den Grenzübergang der Autobahn A4 Richtung Ungarn aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt. St. Ormen, Leute? Aber wir kümmern nicht unbedingt. Wir kümmern nicht unbedingt. Eine Einigung über die Umverteilung von 160.000 Menschen gibt es nicht, doch wäre sie wirklich vermutzen. Die Europäische Union ist mit dem Flüchtlingszustrung überfordert. Allein im August wurden 160.000 Meter in der Krise schmaltet die EU. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.